Kanada noch immer auf 5, gemeinsam mit Ukraine, Österreich und der Schweiz. Das war bei der letzten Zwischenzeit noch so. Ja, für so einen jungen Mann, der quasi frisch und wegkommt, ist sicher keine leichte Aufgabe. Der Druck steigt. Und du willst ja nicht derjenige sein, der dir quasi die Staffel dann noch zum Schluss beim letzten Schießen noch vom Podest stößt. Aber wichtig mit dem Treffer angefangen, gleich einen zweiten danach. Ja, das war das beste Schießen, das wir bis jetzt gesehen haben. Also das war rotzfreig. Merken wir uns, Eric Perrault.